Ich habe das Zitat ausgewählt, weil es eben mit dem Jetzt beginnt. Atta, Yoga Anushasanam, ist das erste Sutra von Yoga Sutra Patanjali, eine Yoga-Philosophie-Schrift aus dem vierten Jahrhundert und ist eine Referenz Schrift, die eigentlich in allen Yoga-Traditionen anerkannt ist. Und Atta, Yoga Anushasanam, das ist sozusagen der Beginn und das wird immer übersetzt mit Atta, Yoga Anushasanam, jetzt folgen wir dem Yoga. Und es beschreibt sozusagen, wenn wir unterrichtet werden in der Yoga-Tradition, dass man, warum kommen wir auf den spirituellen Weg? Wir kommen wegen Leid, also auch im Buddhismus und im Yoga sagen wir, wir werden durch Leid sozusagen auf den spirituellen Weg geführt. Und der Beginn ist dann einfach eine Begegnung zwischen einem Schüler, einer Schülerin, einem Lehrer, einer Lehrerin und dann beginnt es. Und das ist dieses Jetzt, also eine tiefe Entscheidung. Ich gehe jetzt einen spirituellen Weg. Und das ist Atta, diese Kraft. Jetzt folge ich quasi einer Tradition, jetzt folge ich einem spirituellen Weg. Das ist eine Erklärung von Atta, Yoga Anushasanam. Ich folge jetzt einem Weg. Also ich bin bereit, dem Weg zu folgen. Ich bin bereit zu hören, zu üben und Erfahrung zu machen. Eine andere Definition ist, jetzt ist Yoga. Also das Jetzt, die Wahrnehmung des gegenwärtigen Moments, das ist Yoga. Und wenn wir die Bedeutung auf das Ist legen, dann ist das Sein jetzt Yoga. Und die Übersetzung von Yoga ist sowieso ein Zusammenfügen, ein Verbinden. Und es sind synonyme Übersetzungen von Yoga ist Meditation und ist auch die Einheitserfahrung bei Madi. Also jetzt ist, aus dieser Sicht ist es jetzt, die Erfahrung reiner Gegenwärtigkeit. Das ist Yoga, die Erfahrung im Gewahrsein des Jetzt. Und wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, ich habe ja einige Sachen in den Impuls geschrieben. Und was ist jetzt? Jetzt ist ein Wort. Das können wir denken, wir können dann assoziieren, Bilder dazu bekommen. Und dann imaginieren wir. Oder wir denken analytisch, bauen das auseinander. Und dann kommt da Erinnerungen oder was wir halt wissen dazu. Und wenn wir das aber nicht tun, wenn wir nicht denken, nicht assoziieren, dann beschreibt jetzt eigentlich erstmal ein Zustand von unserem Geist. Das ist eine Wahrnehmung. Ein Raum. Eine Raumwahrnehmung zwischen was vergangen ist und was kommt. Also dieses, was wir mit Gegenwart sagen. Und wenn wir das aber betrachten, sind wir schon wieder im Gegenüber. Und das ist eigentlich, das Jetzt ist eine Erfahrung, die dazwischen ist. Also zwischen zwei Gedanken. Zwischen zwei Atemzügen. Also zwischen den Einatmen, in der Pause nach der Einatmung. Zwischen dem Ausatmen, in der Pause nach der Ausatmung. Oder zwischen zwei Worten. In der Stille zwischen zwei Worten. In der Stille zwischen zwei Handlungen. Dazwischen. Also zum Beispiel, wenn ein Bergbach fließt und der fließt über so einen Stein. Und du kannst mit deinem Geist dazwischen gehen. Also dazwischen, da wo das Wasser den Stein berührt, dazwischen ist ein Raum. Und wenn wir gedanklich da hinein gehen, dann dehnt sich dieser Raum aus. Und dann bist du in einer Jetzt-Erfahrung zwischen den Räumen. Also jetzt ist auch eine ausdehnende, zeitlose Erfahrung vom Raum. Um dich herum. Also um uns herum. Sozusagen. Wir sind ja Raum in Raum. Aber auch dieser Raum in uns. Also wenn wir zum Beispiel in unseren Herzraum hineingehen. Und diese Weide in unserem Herzraum spüren, werden wir dort mit unserer Aufmerksamkeit verweilen über eine ganz lange Zeit. Im Yoga sprechen wir von einem Bedingungsgefüge, was sich nicht auflöst zwischen dem Atem, dem Körper und unserem Geist. Und wenn du, also es ist ein Dreieck, Atem, Körper, Geist. Und egal wo du einen Einfluss nimmst, entweder auf deinen Körper oder auf deinen Atem oder auf deinen Geist, hat das eine Auswirkung auf die anderen beiden Komponenten. Es geht nicht ohne. Und wir machen immer gleichzeitig auf diesen Ebenen Erfahrungen. Also wenn wir irgendwas in unserem Körper ändern, also zum Beispiel, sag ich mal ganz banal, für viel Essen, dann merken wir, dass unser Körper träge wird, schwer wird, mit der Verdauung zu tun hat. Und unser Atem wird dann aber auch schwerer, wird einfach träger und unser Geist auch. Und wenn du was Belebendes machst, also machst du einen ruhigen Spaziergang um den See, dann wird dein Atem ruhiger, dein Geist wird ruhiger und dein Körper entspannt sich. Also egal, um das nochmal deutlich zu machen, dieses Bedingungsgefüge, das sich nicht auflösen lässt zwischen unserem Körper, alle Impulse, die von unserem Körper ausgehen, in unserem Körper sind und auch auf unseren Körper einfließen, also von außen, haben eine Wirkung auf den Atem und auf unseren Geist. Gleiches mit dem Geist, alles, was auf außen, auf innen, auf unseren Geist wirkt, hat eine Wirkung auf unseren Körper, auf eine Wirkung auf unseren Atem. Und die Wahrnehmung ist halt immer nur im Jetzt, weil sich das ständig verändert. Es gibt sozusagen keine feststehende Wahrnehmung. Es ist einfach, wir sagen im Yoga Parinama, die Welt ist einfach Veränderung. Sie ist im Fluss. Und das Gewahrsein oder das Jetzt ist, die Veränderung wahrzunehmen. Alles, was unsere Sinne von außen, wenn wir unsere Sinne nach außen schauen lassen, was wir dort wahrnehmen, was wir also riechen, hören, schmecken, aber gleichzeitig auch, wenn wir die Sinne nach innen richten, wir können auch nach innen sozusagen hören, es ist eine offene Schau nach innen, es ist ein weitgestellt sein, auch für unsere Sinne, wir können dann hören, sehen, spüren. Das sind so die Verbindungen, wo wir dann hell hören, hell sehen, hell fühlen. Das sind die Sinne nach innen gerichtet, wenn wir mit dem Gewahrsein im Innen bleiben. Jetzt. Und zwar über eine Zeit. Und auch dort ist jetzt immer wieder ein Veränderungsprozess, weil Gedanken kommen, Gefühle kommen und so weiter. Was können wir noch wahrnehmen? Noch mal einen Impuls. Und was im Jetzt geschieht. Also Körperempfindungen. Wenn wir uns auf unseren Körper schauen, so wie unser Körper jetzt ist, in dem Alter, wie wir sind, in den Bewegungsmustern, die wir gelernt haben, die wir haben, wir können Empfindungen im Körper haben von enge Weite, von dumm, vielleicht, so fließend locker oder auch schmerzhaft, angespannt. Und auch das ist in der Regel wiederkehren und verändern. Das ist niemals gleich. Das ist niemals gleich. Auch bei den Empfindungen, das Wechselspiel von Gefühlen. Also Gefühle können Gedanken auslösen, Gedanken können Gefühle auslösen. Und wir können das spüren. Wir haben Handlungsimpulse, wir haben Bewegungsimpulse. Und die alle eine Wirkung haben auf unseren Körper, auf unseren Geist, auf unseren Atem. Und ja, wir haben Bedürfnisse, Grundbedürfnisse. Von genährt werden, gewärmt werden, Körperkontakt haben, gesehen werden, gehört werden, sind unsere symbiotischen Bedürfnisse. Wir wollen verstanden werden, unterstützt werden. Das sind so die primären symbiotischen Bedürfnisse, die wir auch brauchen in den ersten Lebensjahren, um überhaupt eine Individualität, ein Ich aufzubauen. Und gleichzeitig haben wir dann auch Autonomiebedürfnisse. Also wir wollen frei sein, was selbst machen, unabhängig sein und selbst in uns halt finden, eigenständig sein, uns selbst wahrnehmen können, selbst fühlen, selbst denken. Also nicht das, was zum Beispiel, wenn wir eine zu symbiotische Beziehung vielleicht zu unserer Mutter gehabt haben, dann fühlen wir eigentlich eher die Gefühle von unserer Mutter und nicht unsere eigenen Gefühle. Das ist also gar nicht so selten. Also dieses autonome Bedürfnis, was wir haben, diese symbiotischen Bedürfnisse haben. Und die sind auch immer präsent. Wenn ihr das alles, was ich gerade gesagt habe, wenn ihr das auf eure Paarbeziehung übertragt oder im Beruf oder auch in irgendeiner Gruppe, was ist, du möchtest davon genährt werden, du möchtest gewärmt werden, du möchtest Kontakt haben, du möchtest gesehen werden, verstanden werden, unterstützt werden, dazu zu gehören, willkommen zu sein. Und gleichzeitig möchtest du auch deine Freiheit haben und selbstständig sein, unabhängig sein. Also das sind Grundempfindungen, die wir haben, die immer jetzt präsent sind in uns. Gleiches mit dem Geist, unseren Geist, woran können wir unseren Geist erkennen? Aus dem Yoga sagen wir, wir können unseren Geist eigentlich nur an seinen Bewegungen erkennen. Also der Geist, das ist so im Vergleich zum Beispiel wie das Gehen. Wenn wir gehen, dann gehen wir, das ist das Wort, das Gehen. Wenn wir aber stehen bleiben, dann ist das Gehen weg, das ist dann nicht mehr da. Und so verstehen wir im Yoga auch unseren Geist. Wir erkennen ihn eigentlich nur an den Bewegungen. Und zwar im gegenwärtigen Moment, also welche Qualität unser Geist hat. Da haben wir so fünf Kategorien, das ist ein sprunghafter Geist und der ist ausgerichtet, das ist dumm, das ist klar, oder springt hin und her. Also mal so, mal so, aber nicht so sprunghaft. Also er hat bestimmte Qualitäten und wir erkennen sie eigentlich nur an der Aktivität. und auch das ist Wandel. Und wir nehmen unseren Geist auch noch wahr, dass wir die Identifikation, und das ist, was ihr alle kennt mit unserer Ich-Identifikation, dass wir denken, dass wir unsere Gedanken sind, dass wir damit in Berührung sind, verhaftet sind und dass sich dieser Geist und diese Identifikation auch wandelt. Aber sie ist auch, ja, handelbar, sage ich mal, in einer gewissen Art und Weise, dass wir das erkennen, dass wir nicht unbedingt diese Bewegung unseres Geistes sind, sondern dass wir die Bewegung haben, aber uns nicht damit identifizieren müssen. Wir können und wir müssen das auch im Alltag. Ohne eine Ich-Identifikation wären wir im Alltag nicht handelsfähig, aber es ist auch möglich, zum Beispiel in meditativen Prozessen, sich von der Identifikation zu lösen. Ja, und das ist ein Leben als Befreiung, als eine Befreiung. Was hilft, um nochmal abschließend auf Atta zu kommen, auf jetzt, die Wahrnehmung von unserem Atem, ich bleibe mal bei diesem Beziehungsaspekt Körper, Atem und Geist. Wir ordnen auch unserem Geist eine gewisse Qualität zu im Yoga, dass wir sagen, wie ist eigentlich ein guter Atem, wir erkennen ihn an dem Fluss und die Qualität, die gut ist, die nennen wir dirgasukshma, fein und lang. Also wenn wir eine Qualität empfinden, dass unser Atem fein und lang fließen kann, ohne dass wir ihn in einer besonderen Art und Weise beeinflussen, also dass wir nicht sagen, ja, jetzt atme mal ein oder atme mal aus und mit einer bestimmten Technik den Bauch atmen oder dies oder das, sondern wenn wir den Atem ein und aus fließen lassen und im Gewahrsein dessen bleiben, dass der Atem von alleine eine feine Qualität hat von fein und lang. Und das setzt halt voraus, dass unser Körper die Fähigkeit hat, als Gefäß ja, so offen zu sein und so spürbar zu sein, dass das von alleine geschieht, also es senkt von der Bewegung von einem Zwerchfell ab, ob unser Zwerchfell in einer guten Art und Weise beweglich ist und dann können wir die Feinheit spüren, die der Atem mit unserem Körper tut, weil wenn der eine Atem einfließt, ja, dann kommt Sauerstoff, dann kommt aus der, aus der Sicht von Yoga, wir nennen das Prana, Prana hat eine Mehrfachbedeutung, das ist der physiologische Atem, aber es ist auch Lebenskraft, Energie und gleichzeitig das ist das Göttliche selber, das steckt sozusagen im Inneren von dem Atem und wenn wir das einfließen lassen, dann fängt es an, auch neurophysiologisch, sympathische Nervensystem wird angeregt dadurch oder löst das aus und es dehnt sich aus, der eine Atem aktiviert, er aktiviert die Muskeln, die Nervenzellen und und auch das Empfinden, auch die Gedanken gehen nur in der Einatmung, ja, also alles dehnt sich aus, wird kräftig energetisiert und die Ausatmung, alles zieht sich wieder zusammen, löst sich, entspannt sich, giftet und wenn wir das geschehen lassen können und das in unserem Körper geschieht, und das eine feine Qualität hat und dann wir uns der Ausatmung anvertrauen können, denn in der Ausatmung können wir nicht denken und vor allen Dingen nicht in der Pause nach der Ausatmung, wenn die natürlicherweise entsteht, dort ist ein großes Fenster für die Erfahrung von jetzt, weil dann ist, dort ist Stille und dort ist ein grenzenlos und tiefer, weiter Raum, in dem einfach nichts ist und wenn wir dort drin verweilen können über viele, viele Atemzüge, dann können wir wahrnehmen, wie sich das jetzt sozusagen von jetzt vom Moment zum Moment verändert und trotzdem aus der Stille herausquillt und das ist Gewahrsein, das ist jetzt. Vielen Dank.